Brüche beider Schien- und Wadenbeine, Schädelbruch mit Einblutungen ins Gehirn. Laut Gutachten wird der kleine Säugling aufgrund der Verletzungen ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen haben. Dieser tragischer Fall lässt selbst einen hartgesottenen Richter fassungslos zurück. Die Frage, ob man den 21-jährigen Vater überhaupt mit dem Kind alleine lassen hätte dürfen, beantwortet er eindeutig mit Nein. Der junge Mostviertler ist selbst stark gehandicapt. Laut Verteidigung seien die Vorkommnisse mit der starken Sehbeeinträchtigung des Angeklagten zu begründen. Es war keine Absicht, mir tut das alles furchtbar leid, bekennt sich der Vater gleich zu Beginn der Verhandlung schuldig. Er sei mit der Situation überfordert gewesen. So soll der 21-Jährige im November des Vorjahres seinen Sohn beim Strumpfhosen anziehen beide Beine gebrochen haben. Nur wenige Tage später sei der Säugling beim Windelwechseln vom Wickeltisch gefallen. Die Mutter habe im Nebenzimmer ein lautes Geräusch gehört. Diese sei aber nicht zuortbar gewesen. Das Baby erlitt dabei einen Schädelbruch. Am nächsten Tag wurde der Vater verhaftet. Das junge Ehepaar, auch die 20-jährige Mutter leidet unter einer Beeinträchtigung, hatte um Unterstützung für die Zeit nach der Geburt angesucht. Doch diese kam leider zu spät. Der Bub wird sein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen haben. Es sei offensichtlich, dass es sich hier um keine Durchschnittseltern handelt, ortet der Richter zu langsames Handeln seitens der Behörden. Sie hätten aber auch selbst um Hilfe von ihrer Familie bitten können, gibt Herr Rat dem Vater mit auf den Weg. Ich habe mich hier um zwei Fragen gelungen. Ich habe mich hier um zwei Jahre zurückgegen. Ich habe mich hier um einen Schädelbruch.